Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rising World. Ich hab natürlich jetzt schon die ganze Woche irgendwie mit dabei den Kevgame LP. Let's go Samaritas! Und gleich hustet er schon wieder, wo wir auf das Thema Husten kommen. Ich hab jetzt nicht gehustet. Ne, ich aber. Musst ja einmal darauf ansprechen. Und zwar, der Kevgame ist krankgeschrieben. Ja, weil er einen Husten hat und den hat er einfach verschleppt. Ja, und das ist ja etwas, was Menschen wirklich gerne machen. Sie haben dann irgendwie so den Drang, und das, glaube ich, hast du dann vielleicht auch so, ja. Statt sich zu kurieren oder so, gerade auch in der Ausbildung, ja, sagen die Leute, gut, ich will mich nicht kurieren. Ich hab Angst um meinen Arbeitsplatz. Ist ja heute so zu Tage richtig krass teilweise. Ja. Hab Angst um meinen Arbeitsplatz und deswegen kuriere ich mich nur so weit, dass ich wieder gehen und stehen kann, ja. Und dann gehe ich wieder auf die Arbeit. Und dann kann es nämlich böser zurückschlagen, als man es erwartet. Ich kann dazu eine kleine Lebensgeschichte erzählen. Ähm, und zwar, das war ganz am Anfang. Also, ganz am Anfang, wo ich angefangen hab, da bin ich im Dezember damals, bin ich da krank geworden. Ne. Ne, war Februar, sorry. War Februar. War eine Woche dann zu Hause. Also, es ist so, ich hab mit Montag frei bekommen, Dienstag hab ich Schule gehabt, das hab ich alles durchgezogen. Mittwoch war ich dann krankgeschrieben, weil ich konnte einfach nicht. Es war dann auch schlimm von der Nase her, ich hatte eine Erkältung. Bin dann zu Hause geblieben, bis zur nächsten Woche. Hab mir dann gedacht, komm Kev, weißt du, probierst du. Hab Mittwoch gearbeitet, Donnerstag ging's mir wieder scheiße. Bin ich Donnerstag wieder krankgeschrieben gewesen, bis Samstag. Hab ich das nochmal gemacht, aber da war's dann so, da hab ich mal die Woche durchgezogen. Aber Samstag ging's mir richtig beschissen. Da bin ich aus dem Bus ausgestiegen und hab gekotzt. Als es mir echt richtig scheiße ging. Und dann war ich wieder krankgeschrieben, die nächste Woche. Und da kann ich halt dazu sagen, ich bin inzwischen so, dass ich sag, wenn ich so merk, es wird nicht besser, sondern es wird eher schlimmer. Ich krieg die Krankheit nicht weg, bleib ich lieber daheim. Ich hab einen Arbeitgeber, der wahnsinnig fair ist und mich nicht deswegen rauskickt. Sondern weil mit den Leuten, denen ich da Kontakt hab, die wissen, dass ich nicht krank mache, sondern wirklich krank bin, wenn ich es bin. Aber der Tor hat recht, es gibt inzwischen leider viele, die das Gegenteil machen. Genau, richtig. Weiß nicht, wie das bei dir ist? Ob du da Kulanz hast? Ja, das kommt da halt drauf an, weil dadurch, dass es ein großes Unternehmen ist, du hast halt natürlich Abteilungsleiter. Und da kommt es halt von Abteilungsleiter zu Abteilungsleiter an, wie der das halt vertritt, wie er das vertreten kann. Weil er hat Zahlen, die muss er erfüllen, beispielsweise. Und die kann er nicht erfüllen mit einer kranken Person. Klar, das Unternehmen selber nimmt, man versucht dann da irgendwo eine Lösung zu finden, denke ich mal. Mich selber hat es jetzt noch gar nicht erwischt oder so ansatzweise. Aber trotzdem, ich muss sagen, meine jetzige Abteilungsleiterin, die ist wirklich, was Familie angeht, top. Ich bin krank wirklich zur Arbeit gegangen, weil ich halt auch genau diese gleiche Einstellung hatte wie du. Ich möchte meinen Job nicht verlieren, ich hänge an dem Job. Ich muss eine Familie ernähren. Und ich bin dann zur Arbeit gegangen und wurde dann zusammengeschissen von meiner Teamleiterin. Oder von meiner Teamleitung, besser gesagt. Wurde ich dann zusammengeschissen, was ich dann machen würde, weil ich würde ja die ganzen Kollegen anstecken. Die haben dann vielleicht auch noch Kinder und so und dann stecke ich da die Kinder an. Und ja, dann würde dann die ganze Abteilung flach liegen. So müssten mal einige denken, aber nein, das machen halt die wenigsten. Und die sind einfach nur schlimmstenfalls irgendwelche Zahlen oder sonstige Sachen. Und dann denke ich mir auch so, ja, das ist super. Aber das war dann so wirklich, man hat sich dann auf einmal wohler gefühlt, ja. Also man hatte dann wirklich dieses, okay, wenn ich mich jetzt erhole, dann bringe ich mehr, als wenn ich jetzt da sitze, die ganzen Leute anstecke und gegebenenfalls mehr Leute ausfallen. Ja. Es ist halt das, ja. Und weil nämlich der Kev zur Zeit wieder Husten hat, bei mir ist es teilweise halt Asthma, muss man dazu sagen. Gut, das kann man halt nicht verhindern, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ähm, möchte ich aber an dieser Stelle davor warnen, liebe Leute, liebe Kinder, liebe Zuschauer, ja. Wenn ihr auf öffentliche Toiletten geht oder allgemeine Toiletten, auch auf der Arbeit oder sowas, ja. Bitte, ich sage das, ja. Und ich kenne das wirklich, das ist echt eklig, wo ich mir dann denke, muss denn sowas sein? Wascht eure Hände. Und zwar gründlich. Ich weiß, sowas gehört jetzt eigentlich nicht in ein Let's Play, aber doch, wascht eure Hände. Denn zur Zeit geht Keuchhusten rum, grippale Infekte, richtige Grippeviren. Also, es ist alles diesmal ein bisschen früher durch diesen frühen Wetterumschwung, was das ganze Temperaturen und Sachen angeht, ja. Und man sitzt auf Toilette als Beispiel, ja. Ich sitze auf Toilette, ja, und mache halt mein Geschäft. Ich weiß, das interessiert jetzt keinen, ja. Aber du hörst jemanden, der geht rein, geht an das Pissoir, geht pinkeln und was erwartest du dann nach dem? Also, ich bin da persönlich so, ich tue nach jedem Toilettengang, egal ob klein oder groß, Hände waschen. Ja, ja. Aber was erwartest du, wenn er auf dem Pissoir war? Also, was hat er danach Hände wäscht? Genau, ja. Das heißt, also, du sitzt dann da auf Toilette und denkst dir, hm, okay, es ist alles ruhig. Nur er, hörst, wie die Tür aufgeht, die erste, und hörst, wie die zweite Tür aufgeht. Dazwischen einen Wasserhahn hast du nicht gehört. Ich weiß natürlich nicht, wer es war. Ja, muss man dazu sagen, weil ich hänge ja dann nicht, wenn ich mitten im Geschäft bin, ja, unter dem Türspalt, na du, hallo, ja, und begrüße ihn dann, ne. Hey, Servus. Ja, Servus. Mensch, alles steif, ne. Nein, ähm, wie gesagt, das mach ich ja nicht, ne, und deswegen, aber da möchte ich wirklich nochmal alle dran sensibilisieren, ja. Ich meine, worüber werden wir denn übertragen, ja. Und das Schlimme ist dann halt, dass genau diese Person, ja, sie fässt den Türgriff an, du hast dir vorher die Hände gewaschen, am Arsch die Räuber, dass du dir die Hände gewaschen hast. Wenn du es nicht weißt. Ja, ich weiß schon, wie du es meinst. Ja, also auch da, liebe Leute, aufpassen, auch wenn ihr Kinder habt, sensibilisiert sie nochmal. Ich hab letztens meinen Sohn erwischt, war ich am Duschen, mein Sohn kommt rein, geht auf Toilette. Ich so, äh, was geht denn jetzt? Ich so, gut, meine Güte, wir sind Männer, komm, wir halten zusammen. Ja, hab mir nichts weiter dabei gedacht. Ja, also ich hier, um das mal ganz kurz zu zeigen, ich stehe hier in der Dusche, lalalalala, und er sitzt dann halt hier so auf Toilette, ja, kann mich auch gerade so ein bisschen so sehen, ne. So, steht dann auf, spült ab, schon mal in Ordnung, ne, gibt ja auch wenige Leute, die sowas können. Geht an das Waschbecken, macht ganz kurz das Wasser an, hält seine Fingerspitzen drunter, zipp, 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 und geht weiter. Ich so, was war das jetzt? Ja, was? Ich so, jetzt gehst nochmal zurück, nimmst dir Seife. Ja, und wäscht dir schön ordentlich die Hände. Ja, und, äh, wenn ihr euren Kindern das beibringen wollt, es gibt da verschiedene Varianten, das zu machen, ne, also krasse Varianten, ne. Ich muss ja damals sagen, also, ähm, wie hab ich das damals als Kind kennengelernt, teilweise, äh, beim Kochen. Ich hab's beim Kochen kennengelernt, ja, mit meiner Großmutter, ähm, was dann halt so beim Kochen, ne, ah, jetzt Pfeffer und Salz würzen, ne, und wenn ihr beim Pfeffer oder so, ne, bei diesem Pulverpfeffer nicht die Hände wäscht, und das ist irgendwo, zwischen irgendwelchen Poren oder sonst was, und gehst ihr dann durchs Auge. Dann. Oder an der Nase vorbei oder irgendwas, ach, das tut, das brennt tierisch, ne. Und genau seitdem hab ich das dann wirklich, äh, umgesetzt, weil ich mir dachte, Alter, sie hat gesagt, geh dir die Hände waschen. Ich, ja, 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 hab natürlich auch so Larifari die Hände gewaschen, ne. Ne, also das heißt jetzt nicht, dass ihr euer Kind nehmen sollt, äh, Finger ab ins Chili, zack, ja, so richtig schön Tabasco oder irgendwas, Habanero einmal schön über die Finger reiben, mmmm. Mmmmm, lecker, lecker, ja, wo dann das ganze Kapzei ziehen sich schon eh in die Finger rein saugt, wo das dann wirklich, also da bekommt man es dann wirklich, möchte ich gleich an dieser Stelle sagen, nicht mehr so schnell aus den Fingern, ja, also wenn ihr eine Habanero von innen schön einmal zwischen den Fingern zerreibt, ja, äh, Leute, wartet zwei Tage, bevor ihr da mit den Fingern irgendwie ansatzweise euch den Schlaf aus den Augen macht oder sonst was. Ich will's euch nur sagen. Ich glaub gar nicht, wie oft ich gewaschen hab und trotzdem hat's gebrannt wie Hulle. Also ich probier's mal morgen aus, aber näher durch die Finger schmieren, dann durchs Auge, let's go. Ja, genau. Ach, dann nimm die Naga Yolokia, hast noch ein bisschen mehr Spaß. Ach so, das geht noch mehr. Ne, aber wie gesagt, da möchtet ihr halt gerade auf dieses Thema hin, dieses Seuchenthema, wascht euch die Hände, egal was ist, ja. Ja, und am besten habt ihr, gerade wenn ihr auf öffentliche Toiletten geht, ja, immer noch frisch, frische Tücher dabei oder sowas oder Desinfektionstücher oder sonst irgendwie so in der Richtung, ja. Ich meine, wisst ihr, wer beim Kaufhaus oder beim Elektromarkt, in dem Augenblick Mediamarkt oder so, wer da alles auf den Toiletten war und ob der auch ordentlich sich die Hände gewaschen hat und der Türgriff auch, ne. Ja. Ja, bei den Kollegen ist das ja schon immer sehr zweifelhaft, ja, aber trotzdem. Ich meine, die, die beim Mediamarkt an der Kasse sitzen, haben ja die richtige Arschkarte, die mit Bargeld zu tun haben. Boah. Ja, ich meine, die müssen, ja, ich, sagen wir es mal so, man sitzt an der Kasse, man sieht den Kunden an der Kassenschlange, der Kunde hustet richtig schön einmal, am besten noch richtig schön in die offene Hand, ja, so richtig schön, ja, richtig schön die ganzen Bazillen da drin, er greift in seine Tasche, holt seine Portemonnaie raus und gibt dir dann mit der Hand, in die er reingehustet hat, dann den Geldschein oder die Münzen. Und der Kassierer muss es entgegennehmen. Mh, lecker, lecker, lecker. Lecker, schmackofatzig, ja. Deswegen also heute die Folge Hygiene und Grippewelle und so weiter und so weiter und so fort. Genau, also wie gesagt, Leute, ähm, nicht verschleppen. Ihr müsst halt natürlich aufpassen beim Arbeitgeber. Wir beide haben jetzt so Arbeitgeber die, also wie gesagt, ich hab damals auch eher bekommen, sagt er so, ja, wieso bleibst du nicht gleich zu Hause, wenn's dir scheiße geht? Also, bleibt lieber zu Hause, bevor ihr es verschleppt und dann am besten statt ein oder zwei Wochen drei oder vier zu Hause bleibt, weil damit ist niemandem geholfen oder andere angesteckt habt. Ja, notfalls konsultiert euren Arzt, euren Hausarzt, geht mit ihm das ordentlich durch. Er kann euch dann erklären, wie das am besten oder wie der weitere Verlauf ist und dann seid ihr da auch auf Nummer sicher. Wie gesagt, ihr könnt natürlich trotzdem probieren, falls ihr zum Beispiel in der Woche krank wart und euch denkt, ja, ich probiere jetzt mal, wie es ist. Ihr könnt natürlich trotzdem mal, äh, trotzdem mal einen Tag oder so arbeiten, aber falls ihr dann merkt, nee, ist noch nicht weg, dann gleich wieder zum Arzt. Würde ich halt empfehlen. Ja, genau. Das seh ich genauso. Ah, ich seh, glaub ich, der Repairian hier gecheatet hat. Kleiner Cheater, der. Kleiner Cheater. Haben wir noch kurz Zeit? Ja. Dann hab ich noch ne andere Sache, und zwar, das ist jetzt ein bisschen abseits von dem, aber das ist eine Sache, die mich verwundert hat. Und zwar, ich hab eine Gear VR, das ist quasi so eine Virtual Reality Brille von Samsung. Die hab ich damals geschenkt bekommen, weil ich S7 vorbestellt hatte und so ein Quatsch halt. Genau. Ähm, Ich bin in einigen Punkten kleiner Schisser. Und ich hab halt gesehen, es gibt ein Horrorgame dafür. Ich hab mir's runtergeladen, hab mir die Brille aufgesetzt, hab dann gespielt. Dann war ich da in so einem dunklen Raum. Also da ging's um, ich musste irgendeine Teile sammeln, ne? Weil da hat so ein Kind Geburtstag gehabt, und das muss dann durch verschiedene Zimmer laufen und halt Teile sammeln. Ich war in dem ersten Zimmer. Ich wollte anfangen, ich hab mir so gedacht, komm, jetzt wirst du dich hinreißen lassen, let's go. Ich bin da drin, hab diese Brille auf, dann fühlst du dich, als du wärst drinnen. Hab das erste Stück eingesammelt, bin rumgelaufen und höre auf einmal irgendwelche Schritte. Da hab mir dann gedacht, nein, das ist mir zu viel. Und hab dann die Brille wieder abgesetzt. Ernsthaft? Oh mein Gott, da dürftest du nie Resident Evil 7 spielen. Ja, ich hab, ohne Witz, ich weiß, das ist für die Playstation VR rausgekommen, ich weiß nicht, ob ich das spielen könnte. Ich bin ein Schisser. Teilweise. Okay. Also, bei dir würde es sich lohnen, wirklich mal zu sagen, ey, komm, mach mal Horrorgame mit Facecam. Dann würde man, glaube ich, sich vorher lachen richtig schön, oder lachen, man würde sich amüsieren über deine Angst. Also, Leute, schlagt nicht Slender vor, bitte. Echt? Hast du damit auch Probleme? Ich weiß nicht. Ich könnte mir so vorstellen, wenn ich so einfach rumlaufe und auf einmal der Typ vor mir steht, dass ich, dass ich ziemlich krass erschrecke, ja. Also, ich hatte, ich hab mich einmal erschrocken, das war, ähm, bei dem, äh, Spiel, oh, Mann, das war im Schnee. War das einzige Horrorspiel bei mir. Da hab ich mich erschrocken und das auch nur, ja, weil die Katze neben mir auf meinen Tisch gesprungen ist. Bis voll vertieft und so weiter. Eigentlich passiert gar nichts, ne, und auf einmal irgendwas Schwarzes neben dir steht, neben dir, pum, und ist einfach auf meinen Tisch gesprungen, dieses blöde Vieh. Ich bin so zurückgeschrocken, ja. Weiß nicht, ich hatte, während des ganzen Let's Plays nicht wirklich so große Angst, aber dann auf einmal so, BÄM. Weil er hat wirklich die ganze Zeit irgendwas, es war ruhig und dann auf einmal, puh, schwarz, schwarzes neben dir. Alter, ich war fertig, ich war fertig. Aber okay, gut, äh, Horrorsachen und so weiter, anderes Thema, andermal. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro und ich hab wieder nichts gemacht, außer rumgerannt und ein bisschen beim Repairion geguckt. Haut rein. Tschüss, Danke fürs Einschalten, haut rein und ciao.